Ich bin auch schon in der Startaufstellung. Was ist das denn, Alter? Mann, Mann, Mann. Setup ist grauenhaft, kann ich jetzt schon sagen. Ich habe das Standard-Setup für das zweitgedingste. Gab mal eine Reaktionszeit, war nicht so ein Eis. So, weg, weg! Alter, das ist Bumpercast hier, oder anders ist das nicht. Alter, links ist ein Auto von mir, rechts, und alle fahrten sich in mir. Ja. Hm, Elfter. Achtzehnter. Wichser, Alter. Was machst du denn, du verdorben, du Wichser, Alter? Punkte. Boller. Mein Flügel ist noch heil. Zumindest habe ich genug Übersteuern, um das zu bestätigen. Er ist nicht mehr heil. Ich bin auch jemandem hinten raufgenagelt. Eigentlich hätte der... Raufgenagelt, ich wurde die ganze Zeit... Zeitreport glitcht. Den halte ich tatsächlich in dem Spiel noch gar nicht. Mittlerweile ist das Spiel einfach nur noch Ping-Pong. Daniel hat auch mal kurz mit der Mauer gespielt. Na, jetzt gerade, in dem Moment vor allem. Jo. Das Rennen ist gelaufen. Kannst du laut sagen. Na, alles offen. Mensch, ich sollte heute noch Lotto spielen gehen. Das kannst du machen, während wir die anderen ranfahren. Nein, verpiss dich! Ist das der in Ernst, dass kein anderer in die Box musste nach der ersten Runde? Ich glaube, Janik hätte mindestens noch gemusst. Vielleicht stoppt die KI ja bei den kurzen Rennen nicht. Oder nur, wenn er wirklich komplett ab ist. Stopp und du und so mein Team-Mate! Hä, hab ich hier gerade wirklich? Ich hoffe einfach mal, dass das einfach nur ein Lichteffekt war. Wobei ich sagen muss, auch wenn wir uns in dem Rennen, was wir hier in unserer richtigen Korb hatten, nie wirklich Rad an Rad bekämpft hatten, war das hier eigentlich ein Rennen, was richtig Spaß gemacht hätte. Dieser ganze Zeit, dieser 2-3 Sekunden Abstand, kein Fehler, darf man sich erlauben. Ficken, Mann! Ja, ich weiß, aber... Ja, ich hab doch keinen Frontflügel mehr. Achso. Ja, ich weiß, aber... Achso. Tja, das wird wohl ein Gmx3D Alleingang-Video. Ja, ich bin ja auch jetzt schon wieder zippter. Verstappen hat wohl auch ein bisschen gelitten. Startphase ist noch ganz witzig von allen dreien, aber... Danach... Vor allem meine Switchbacks. Ich hab auch keinen Bock mehr auf diese scheiß Strecke. Ja, 2-Sekunden-Strafe. Kommt sich auch noch drauf an. Na, die Strecke mit Controller ist einfach nur... Das kann ich nicht vorstellen. Ich hätte deine Pedale auch mal reparieren können, nicht? Ja, ich hab auch nichts Besseres zu tun. Stimmt. Fährst du mit Controller? Das Leben ist kurz und produktiv zu sein. Okay. Fair genug. Ericsson. Locker eine Stunde, in der ich nicht zocken kann. Dafür kannst du dann noch besser zocken. Ah. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Oh, Knusse. Dann... Mr. Suck My Balls ist vor mir. Ach nee, das darf ich ja nicht sagen. Jetzt wird das Video demonetarisiert. Demonetarisiert. Die ganzen 0,07 Cent. Die fährt HTP Motorsport denn jetzt mit BWT Werbung. Oh, du hast einen riesigen Zug vor mir. Wer ist denn da vorne so alleine? 2-1 Also ich glaube bis Platz 2 sehe ich das da vorne Wenn Platz 2 eine Banane ist, also wenn du eine Banane siehst Jo, sogar recht klar und deutlich Eine Mega-Dive-Bomb Diese Runde noch nicht Ich habe schon mal eine Sekunde aufgeholt nach vorne zu Marken müssen Ich werde eine Mute-Hebe bekommen Wie bitte? Ich werde eine Mute-Hebe bekommen Wann raus Der Chef sagt, ich soll vor dem Kuchen bremsen Hä? Warum denn das? Du kannst nicht mehr mal sagen, dass er selber fahren soll Ja 2,17 Autos haben so viel Abtrieb Aber jetzt habe ich natürlich zu hohe Flügel Das geht nur mit einem Dive-Bomb Also bitte Was ist? War ja nun nicht legitimes Überholmanöver, ne? Ach, jetzt heul ich nicht rum Ach was du meinst, beim Zerstatter war doch komplett korrekt Ja, aber du hast gut vor mir aufgeräumt Ich habe kein illegales Überholmanöver bekommen Ich auch nicht und ich bin nicht mal die Schikane gefahren Cut Ich bin diese Schikane auch nicht gefahren, wie du siehst Mensch, Platz 5 ist auch schon mega geil eigentlich, aber irgendwie Okay Hier steht er Was ist das Feuerwerk oder was? Ah, das hat nicht ganz gereicht. Ach, nochmal Bestzeit im letzten Sektor. Also ich würde mal sagen, alles fair gelaufen. Genau. Ich habe mich gerade gewundert, was das für ein komischer Sound ist. Das ist das doofe Feuerwerk. Ich habe geguckt, habe ich Platten oder was ist hier da los? Ja, der Frontflügel ist auch beschädigt. Aber nicht von der Aktion. Und dafür bist du jetzt soweit gefahren? Oh, ich bin auf die 10 abgerutscht, jawohl. 33 Punkte, easy. So, das war's. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschau. 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 Tau. 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 Vielen Dank.